Nein! Halt! Stopp! Videos? Nee, ich dreh keine Pornos. Mega scharf, oder? Ja, ich bin scharf, oder? Jungs? Wart mal raus. Muss los. Ah, alles klar. Muss sowas von los. Yo, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier. Asozialer Reporter, ihr wisst Bescheid. Heute ist mal eine Premiere, Leute. Und zwar, wenn ihr das Video seht, haben wir schon 2019. Erstmal natürlich frohes neues Jahr. Ja, mit diesem Video starten wir natürlich dann jetzt auch in 2019 rein. Und ja, dafür habe ich mir natürlich heute gedacht, können wir natürlich hier mal ganz, ganz viele Leute nehmen. Ganz viele nette, ja, mehr oder weniger nette Supporter und Moderatoren und SR-Mods und keine Ahnung was. Zumindest sind fünf Leute, die jetzt alle einfach mal gleichzeitig Hallo sagen können dabei. Fünf Leute oder keine Ahnung. Hallöchen? Nö. Hallo. Hallöchen, Pornöchen. Wir sind tatsächlich fünf Leute. Also, mit mir sogar sechs. Aber wir werden heute einfach mal den Support machen. Mal gucken, wie die User so reagieren, wenn sie heute einfach mal... Man kann ja auch sagen für den... Also, wir nehmen heute quasi am letzten Tag von 2018 aus. Das heißt, wir können ja einfach mal sagen so, am letzten Tag des Jahres kann man schon qualitativ hochwertigen Support geben. Und dementsprechend können halt einfach mal alle supporten. Und ja, mal gucken, wie die User reagieren. Ich würde sagen, wir move'n paar Leute hoch. Und dann öffnet ihr mal den Support. Einer von euch. Genau, Tim macht das gerade. Und ich bin heute mal als, oder sieht man gar nicht, als Luca unterwegs. Also, ich muss mich kurz selber von meinen Kontakten entfernen. Ich bin der Luca hier, der Clash MC. Was war das nochmal? Ist das ein aktueller Moderator oder so? Nein, Rush MC ist ein aktueller Moderator. Du hättest eigentlich dann Basti dahinter stehen, weil Luca ist ja Forum Moderator und der heißt Senior Core. Dann hast du dich auch beispielsweise Senior Flash genannt. Ja, ja, Clash MC ist gut. Ja, super, okay. Leute, dann geht der Support los. Oh, da ist schon der erste. Okay, wir werden anfangen, Jungs. Wir werden anfangen. Ja, komm. Also, irgendein Typ muss die Ernst Wörter schicken und die muss er dann im Gespräch... Genau, das habe ich noch nicht gesagt. Wir wollen es nämlich diesmal so machen. So eine kleine Challenge kennt ihr bestimmt auch. Einer supportet quasi und die anderen schreiben dem Wörter. Und er muss halt diese Wörter einbringen. Und mal gucken. Also, vielleicht schreiben nicht alle vier dann dem anderen, alle fünf dem anderen. Ich würde sagen, es schreibt immer nur eine. Ich würde sagen, es schreibt immer einer, genau. Wer von euch will denn anfangen, äh, quasi mit Wörter erhalten und supporten? Egal. Egal? Was? Egal. Okay, dann fängt der Mathe-Mann an. Okay. Machen. Okay, Mathe-Mann. Kann man so die Wörter sehen, wenn ich was schreibe? Ja, okay, so kann man die sehen. Okay, Leute. Dann, äh, ja, fangen wir mal an mit den Wörtern. Und ich würde sagen, du musst den ersten rein und dann, äh, ja, let's go. Herzlich willkommen, Support. Kann ich überhörtlich sein? Ja, hallo. Ich würde gerne wissen, wie man einen Replay auf MLG Rush ansieht. Äh, ein Replay auf MLG Rush? Ähm, ja, da wir hier nicht auf Griefer Games sind, das ist aber stinknäglich ein bisschen. Ähm, ja, geht das leider trotzdem nicht. Das ist aktuell nur für Tina verfügbar, denn die haben... Oh, schade. Ja, weil die haben genug Bier getrunken und die anderen, ja, bei Replay Games, das stinkt halt ein bisschen. Die trinken nicht genug Bier und, ja, deswegen geht das leider nicht. Sonst noch irgendwelche Fragen? Ja, sonst war es eigentlich. Ich wollte nur wissen, wie es geht. Okay. Digger, was hat das so ein Geräusch da hinten im Hintergrund, Digger. Oh mein Gott, war das dumm. Du darfst den nicht richtig supporten. Du musst dumm sein. Also das üben wir nochmal mit asozial supporten. Asozial, ja? Du bist der Mathe-Mann. Das sagt schon alles aus, weißt du? Wir üben das nochmal. Ich würde sagen, jetzt, wer von euch will mir mal Wörter schreiben? Äh, ich mach. Ich mach. Hallo und herzlich willkommen im Malsuch-Support. Was kann ich euch tun? Ich will euch sagen, Einer hat sich mal, er hat in meinen Channel gesagt, mach mal Add-Up-Support. Äh, Luka. Warte, ich hatte kurz einen Anfall. Wie geht's dir? So. Einer hat sich aufgegeben als Thermal-Team-Mitglied, als Supporter hier. Hm. Und der war das, der war mein Channel und der ist leider offensichtlich. Bitte, der hat sich ausgegeben als Supporter. Ja, aber du bist schon ein Kiddy, oder? Nein. Ne? Nein. Nein? Doch. Bitte. Oh. Bitte. Ich weiß nicht, wie du meinst. Wir sind aber hier auf dem, äh, faulen Server, weißt du? Und, ähm, da saufen wir eben manchmal. Flurik? Ja? Du warst. Ich weiß nicht, wie du das war, Flurik. Wer ist das? Der. Demeloper. Wer? Kann man den Essen? Flurik ist Supporter. Flurik ist, der Demeloper. Nein, der ist Supporter. Mimimimi. Der ist. Flurik ist, der Demeloper. Nein. Halt, Stopp! Doch! Nein! Halt, Stopp! Also ich bin dafür, wen bannen wir gleich mal. Ne, also mal for real, wir müssen dich dann jetzt bannen, ok? Nein! Doch! Du fagst abgehüpft! Ja, du hast abgehüpft in deinem Namen stehen. Du sollst nicht verboten! Nein! Doch! Warte, ich hab dich jetzt grad nicht verstanden. Kannst du mal bitte dein Mikro aus dem Arsch nehmen? Du willst mich grad... Du machst, glaub ich, Videos. Videos? Nee, ich dreh keine Pornos. Assozialer Supporter, glaub ich. Herzlich willkommen, Assozialer Supporter. Ich hätte mal irgendwo ein Stimmverzehr reinnehmen sollen, aber ja, egal. Ähm, ist okay für dich, wenn du ein Video bist. Ja, ich kenn, ich kenn Assozialer Supporter. Ja, genau. Ok, dann dir noch einen schönen Tag, ja? Tschüssi! Aber es ging wie bei ihm ab! Okay, ähm, ich mach mal kurz Stimmverzehr rein. Ich sag euch mal einfach mal, ich schick euch mal das, was ich hier alles... Dinkseger schickt da, cool, Axel. Ja, moin! Chicken Rings baden, Mayonnaise ertrinken, Mathe... Du hast ja mal gar nichts beendet. Okay, okay. Ähm, dann würde ich sagen, Till, du bist doch ein super Supporter. Auf jeden Fall. Du machst das mal. Was ist mit deiner Stimme los, Mann? Stimmverzehr. Stimmverzehr. Achso. Ähm, Till, okay, du bist dran. Und wer will ihm Wörter schreiben? Ich mach das, ist egal. Okay. Hing am... Hei am Hang. Hei am Hang. Hei am Hang. Hei am Hang. Okay, let's go! Spontan. Mein, mein, die können wir weiterhelfen. Also, so wie jetzt. Oh, schön. So, Max Pfandau. Super. Hallo, Zubi Gaming. Hallo? Was geht bei dir so? Also, ähm, äh, darf ich euch, also ich wollte fragen, ob man euch Tipps geben darf. Warte, warte ganz kurz, eine Frage am Anfang. Hast du ein Mikrofon mit Vaseline eingerieben oder so? Nö, das ist, was? Was meinst du? Okay, dann ist alles gut. Was meinst du? Ja, was gibt's jetzt? Also, ähm, äh, gestern, also, da, also wieder super geschlossen, hart sind. Warte, ich glaub du stinkst nach Bier. Warum? Ja, ich weiß nicht, ich riech's so irgendwie danach. Äh? Ja, also, als das Wort geschlossen war. Achso, da, das sind immer die meisten, die, die beleidigen da immer, da kommen mit Stimmverzerrer rein. Ja, ne, hier gibt's keine Bugs und alles Features. Äh? Ja, hä, verstehst du's nicht oder so? Ey, wir haben dir ja jetzt zehnmal gesagt, dass es einfach keine Bugs auf meinen Sucht gibt. Ja, aber, ich hab, ich hab aber keine Bugs gemeint. Achso! Ja, ist schon... Ja, meine Mutter macht auch immer Streuselkuchen. Aber, also, immer wenn das Wort geschlossen ist, kann man beleidigen immer Leute und kommen immer mit Stimmverzerrer rein. Okay. Ja, dann schmeißt dein PC halt aus dem Fenster, wenn die das machen. Okay. Ja, dann schmeißt dein PC halt aus dem Fenster, wenn die das machen. Warum? Keine Ahnung. Ist mir grad so spontan eingefallen. Aber Miku, da stimmt's auf jeden Fall. Warum seid ihr so böse? Na, weißt du, heute ist letzter Tag 2018. Wir dachten uns so alle, hey, zack, gehen wir mal supporten und dann kommst du hier rein und heißt Zombie im Name. Weißt du, dass... Und am Anfang sogar mit Stimmverzerrer. Ja, und am Anfang warst du auch noch, hast dein Opa ans Mikro geholt oder was war das? Was für ein Opa, hä? Ja, der 90-Jährige, der so... Achso, das ist mein Mikrofon, das meinst du? Ja. Ich heiß nicht Zombie, ich heiß Zobi. Zobi, wie der Zoo oder wie? Nee, nicht wie Zoo. Halt ohne M und... Also Zoo ohne M. Nee, ich würd sagen, Sprachenlernen mit Vorbilder. Zobi ohne M und so nenn ich mich halt. Ah, okay, erklärt alles. Ja, okay, was ist denn deine Frage? So, ist keine Frage, ich wollt einem nicht sagen... Ja, hä, im Support musst du aber Fragen stellen. Okay, äh, da, da... Ja, okay, dann stell dich nochmal vorne an, okay? Bis gleich. Er kommt erstmal mit Stimmverzerrer rein. Und dann macht der Stimmverzerrer einfach aus und denkt sich... Und sagt einfach nichts mehr. Hallo und herzlich willkommen im Greenfire Games Support. Was kann ich für dich tun? Also, ähm... Gestern... Ja? Ja... Also, da kommen immer richtig... Also, immer wenn das Hubbard geschlossen ist, kommen Leute, die was beleidigen oder mit Stimmverzerrer. Immer. Okay. Ja, das kann nicht sein. Das... Ja, ist nicht möglich. Von der Matrix nicht. Aber es ist immer wenn da... Immer wenn das Hubbard geschlossen ist. Mhm. Hm. Kommen hier Leute rein. Ja, kommen Leute auf dem Teamspeak. Ich war... Ja, kommen Leute auf dem Teamspeak. Ja, ich war... Ja, ich war... Ich war... Ja, ich war... Und so ist das bei allen anderen auch. Ja, aber... Wenn das Hubbard geschlossen ist, kann ja niemand reingehen und das sagen, dass wer beleidigt hat. Ja, ne. Sonst noch Fragen? Ne. Ne? Hast du mich grad beleidigt? Nein, hab ich nicht. Und was war das grade sonst? Ich hab nur Nein gesagt... Also, ne. Nein. Ich hab keine Fragen mehr. Sag mal Halt Stopp. Warum? Ja, weil sonst geht der Support hier weiter. Und dann sitzen wir ja noch übermorgen. Also... Ich gehs dann... wieder. Was? Ich gehs wieder. Okay, dann herzlich willkommen bei meinen Supporter und Joling und so weiter. Äh... Ja. Oh mein Gott, komplett verkackt. Herzlich willkommen bei Asozialist Supporter. Ähm... Ist es okay, wenn du im Video bist? Video? Hä? Sag einfach, du bist bei RTL. Äh... Warum bin ich bei RTL? Ja, um den Vergleich gequalität hat der Fluex-Kanal. Kennst du Fluex? Ich... Ich... Ah... Ah... Bist du mal ein Neuer? Nein, ich... Ich bin Fluex, ich hab nen Stimmfasser da drin und du bist bei Asozialist Supporter. Boah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Musst jetzt nicht direkt kommen, okay? Okay. Yo Leute, ich hoffe euch hat der erste Teil gefallen. Wenn ja, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Aktiviert auf jeden Fall die Glocke, damit ihr morgen eine Benachrichtigung bekommt, wenn mein zweiter Teil rauskommt. Der zweite Teil wird auf jeden Fall mega geil, Leute. Also schaut morgen um 14 Uhr rein, Leute. Ich hoffe ihr seid super ins neue Jahr gekommen. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag und denkt dran, Glocke aktivieren und schreibt mir unbedingt Vorschläge unten rein, was wir beim nächsten Mal machen sollen. Und jetzt bis morgen 14 Uhr.